Ich werde von der Polizei gesucht, weil ich in die Welt hinaus schreie, dass die bestehende Ordnung untergegnet. Eine Ordnung, die ihr mit Trennengas erreicht und mit Blumenknippeln. Banquiers, Richtern, Längern, Offizieren, Kirschenbossen, Politikern und ähnlichen Quartellern der Macht geduldet wird. Der Gesuchte verbreitet untopische Ideen und muss als gefährlicher Anseher bezeichnet werden. Nationalität unbekannt. Der Gesuchte ist so eine festen Wohnsitz. Der Gesuchte in den Leben das die Einzelheiten verh Reis were Sie haben Alex Wurz. Hauptsache Wurz. Verrückt er dich. Wir haben dich. Egal. Es war mir. Ich war bei Egal. Ich war es.